Hallo! Sicher kennst du das Gefühl, verliebt zu sein, mutig zu sein, Trauer zu empfinden oder Angst zu haben. Aber hast du auch gewusst, dass Hormone dabei eine ganz wichtige Rolle spielen? Hormone können aber noch mehr. Sicher weißt du schon einiges über Hormone, wo sie gebildet werden und wie sie heißen. Aber weißt du auch, wie Hormone auf zellulärer Ebene wirken? Schau dir einfach dieses Video an. Es zeigt dir, dass Hormone auf zwei ganz verschiedene Weisen von einer Zelle wahrgenommen werden können. Nämlich auf direktem oder indirektem Weg. Die erste Möglichkeit ist die direkte Hormonwirkung, die bei den fettlöslichen Hormonen vorkommt. Steroidhormone wie die Sektion. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Wir sehen uns am nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020